Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pflanzen gegen Zombies. Wir müssen auch schon gleich uns gegen diese blöden Zombies zur Wehr setzen, denn sie fangen direkt an, uns anzugreifen. Ja, wir müssen jetzt wieder hier auf dem Fließband... Oh, den behalte ich mir für später auf. Los, beeilen euch. Meinen lieben Pflanzen. Hör auf, mein Pilz zu fressen, du Ungläubiger. So. Los, beeilt euch. Ja, ihr konntet jetzt leider nicht sehen, was da... ...alles für Pilze, äh, für Pflanzen und Zombies gekommen sind. Tja. Das liegt daran, dass ich... ...die Aufnahme gleich gestartet habe, ...nachdem hier dieser Pflanzen, sofort Pflanzenbildschirm erschienen ist. ...tut mir sehr leid, deswegen, aber ich sag euch, was kommen. Äh, was kommen für Pilze vor, äh, für... ...ich sag immer Pilze. Der... ...mh, der Football-Spieler kommt vor. Der Chucky. Und schön immer die Gräber wegfressen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt... ...ah, gut. ...unheils-Pilze. Ich krieg immer nur Unheils-Pilze. Guck mal... ...und wieder weiterfressen. Und die fressen sich das Gegenseitig. Okay, meiner hat verloren. Schade. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er gewonnen hätte. So. Schnell, 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 schnell. Friss, friss, friss. Friss, als ging es um sein Leben. Bäm. Gut. In Unheils... ...die Unheils-Pilze werde ich alle nacheinander einsetzen. Oh Gott. Jetzt könnte es sein, dass ich hier auf meinem Bildschirm... ...später noch etwas laggen kann. Aber das liegt dann nur daran, dass zu viel los ist auf dem Bildschirm. So. Angst haben, Pilze sind alle gepflanzt. Und hier sind noch Kuh-Pilze. Okay. Nein. Oh, gut. Das Grab ist noch weg. Ich hau' ich leiden. Buh, Montergang. Ach ja, Krater können nicht gepflanzt werden. Super. Ich krieg' natürlich lauter Angst haben, Pilze. Alles lila. Ich mag lila. Ja, es leckt. Jetzt kommt die erste große Welle. Ich werde mich reichen. Boom. Hallo. So, geht mal hier weg. Äh, scheiße. Ich hab genug Pilze dafür. Möp. So. Oh Gott. Knall zwei von ihm. Bäm. Das hat sowas von gesessen. Na? Wie immer noch nicht genug. Es wird euch eine Lehre sein. Ich hau' ich mal ein Eispilz rein. Bäm. Du schon wieder. Und ein Chuck. Okay, jetzt hab ich ein Problem. Ja, jetzt hab ich definitiv ein Problem. Jetzt kann ich nämlich nirgends rüber pflanzen. Oh, scheiß Angst haben, Pilze. Du bist unnötig. Alter, was geht? Fresst euch gegenseitig. Los. Fresst deine Kameraden. Oh, ha, 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 ha. Oh, blööö. Okay. So. Auswechseln. Immer wieder auswechseln. Und gleich noch mal, weil es so schön war. Doom. Und wir sind fertig. Und wir bekommen ein... See-Rosen-Blatt. See-Rosen-Blatt. Ermöglicht dir nicht, Wasserpflanzen darauf zu platzieren. Wasser. Dum, dum, dum. Oh Gott, ein Pool. Geil. Ich hab ja auch... Sieht aus, dass du nicht genug von deinem Vorgarten hast. Jetzt wollen sie es hinten im Garten versuchen. So, einen Öbel kannst du diesmal keine Pilze benutzen. Pennen tagsüber nämlich. Ist das nicht zu dämlich? Ja. Oh mein Gott, ein Schwimmreifen-Zombie. Wie geil. Okay. Dann brauchen wir die Sonnenblumen. Blablab. Schnapper. Das sind jetzt noch einfache. So. Natürlich kriegen wir noch weit coolere Pflanzen. Und willkommen im dritten Level. Juhu. Endlich kriege ich wieder Sonnen vom Himmel. Endlich ist wieder Sonne. Ach, chillige Musik. Ach du Scheiße. Mep. Nein, noch kein Seerosenblatt. Äh. Sorry, meine Maus. Die nervt mal wieder. Ja. So. Haha. Fail. We are dancing to the music. Ach ja, die Musik in diesem Level finde ich besonders schön. So. Ach, wir haben hier viel mehr Reihen, wie ihr seht. Wir haben also mehr Möglichkeiten, was zu pflanzen. Mein PC macht mal wieder komische Geräusche. Aber ich glaube, das ist normal. Bei einem PC. So. Na. Das Level dürfte eigentlich relativ schnell vorbei sein. Äh. Ich hab... Ach, so hell, ey. Aha. Jetzt kommt schon ein Pylonen-Zombie. Sieht total bescheuert aus mit seinem Verkehrshütchen da. So. Blub. Und meine Verteidigungslinie ist aufgebaut. Klick, klick, klick. Ich klick wie wild auf meiner Haus rum. So. Nein, nicht du. Dich. Mal ganz gemein. Oh, Scheiße. Scheiße. Ach. Fuck. Komm schon. Friss das, du Sau. Okay. Jetzt hab ich definitiv ein Problem. Okay. Schneller. Ich brauch Sonnen. Noch eine. Nur noch eine, bitte. Danke. Oh, die du, die du, die du. Blub, blub. Oh, Scheiße. Das war genau die falsche Entscheidung. Aber dazu gibt's ja die Walnüsse. Der ist aber langsam. Der zögert die letzte Welle geradezu hinaus. Hat wohl Angst vor seinem Untergang, ne? Dieser blöde Zombie. So. Erstmal im Wasser. Wasser ist richtig. Da muss man jetzt aufpassen. Also da kommen richtig fiese Zombies im Wasser manchmal. Nein. Da. Sie kommen mal aus dem Wasser raus. Oh Gott, es sind Wasserleichen. Sterbt. Also mein Schnapper hat da ja gar nichts zu tun. Also tu ich den mal weg. Auf die Reservebahn sozusagen. Ich sollte mir Poolreiniger kaufen. Stirb, 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 stirb. Schnell, 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 schnell. Ja. Oh ja. Eine meiner absoluten Lieblingspflanzen kommt jetzt. Oh, ich liebe diese Pflanze. Matschkürbis zermatscht Zombies. Und was es mit diesem Matschkürbis auf sich hat, das seht ihr im nächsten Video. Also bis dann. Ciao.